Befreiung von Altlasten Begeben Sie sich in eine bequeme Position. Machen Sie sich einen Moment lang Gedanken, was in Ihrem Leben Ballast repräsentiert. Was Sie bindet und schwächt. Gibt es in Ihrem Haus, in Ihren Räumen Ballast? Vielleicht möchten Sie die nächste Gelegenheit nutzen, um sich eine Liste zu machen, wovon Sie sich befreien können. Vielleicht möchten Sie diese auch in verschiedenen Räumen umsetzen. Machen Sie sich kleine Teilziele, um eine Überforderung zu vermeiden. Erstellen Sie einen Zeitplan. Und clearedEN Pointik an zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Undure 어�m reflexion. Wie hier wird sich, wie hier. Hil los! Und gleicherweise werden Sie im Himmel? Und wenn Sie sich hier über Be website odeiens-Romachten schaffen, Und einfach nein. Durch die Befreiung in Ihrer Umgebung schenken Sie sich selbst Freiheit im Geist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.